Hey Leute, in diesem Video betrachten wir nur ein Produkt im Test. Wer gerne ein Vergleichsvideo der besten Top 3 oder Top 5 Produkte dieser Kategorie sehen möchte, findet dies in der Infobox und der Videobeschreibung verlinkt. Alle Erfahrungen habe ich entweder selbst gemacht, in Themen relevanten Blogs und Testportalen recherchiert oder aus aussagekräftigen Bewertungen entnommen. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und gerne ein Abo dazulassen. Köstliche, frische Pasta mit einer leckeren Soße lässt das Genießerherz beim Lieblingsitaliener um die Ecke höher schlagen. Geschmacklich sind frisch zubereitete Nudeln ein echtes Erlebnis und gegenüber den getrockneten Produkten aus dem Supermarkt oder Discounter wesentlich schmackhafter. Auch wenn es einiges an Arbeit ist, Nudeln zu Hause selbst zuzubereiten, es lohnt sich. Um sich die Arbeit zu erleichtern, kannst du auf die beliebten Nudelmaschinen zurückgreifen. Mit diesen Geräten besteht die Möglichkeit, verschiedene Varianten der beliebten Teigwaren herzustellen. Achtung, Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achtung, Rabattcode! Für viele unserer empfohlenen Produkte gibt es versteckte Rabatte. Ruft euren Rabattcode ganz einfach über unseren Produktlink auf. Dieser ist dann automatisch hinterlegt. Der Rabattgutschein wird euch, sofern noch verfügbar, direkt unter dem Preis angezeigt. In diesem Beispiel wurden über 60 Euro zusätzlich gespart. Alles, was man tun muss, ist durch einen einfachen Klick im Optionsfeld den Rabattgutschein zu aktivieren. Der Rabatt wird dann letztlich an der Kasse beim Bezahlen abgezogen. Über 64% unserer Produktlinks haben diese Rabattgutscheine hinterlegt. So lässt sich ordentlich Geld sparen. Noch nicht überzeugt? Dann schau gerne in diese Videos rein mit weiteren interessanten Produkttests.